Hallo, mein Name ist der F. Reichert. Ich bin 18 Jahre alt und mein Ziel ist Sportstandes zu werden. Mit Benni Striebe habe ich mich in Form eines Radiobeitrags bei ihrem Workshop beworben. Da leider nur einer von uns teilnehmen kann, ist das Los letztendlich auf mich gefallen. Ich freue mich sehr, euch alle kennenzulernen. Und jetzt habt ihr unseren Radiobeitrag. Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder. Mein Name ist der F. Reichert. Und meiner Benedikt Striebe. Wir beide sind 18 Jahre alt und besuchen das Georg-Büchner-Gymnasium in Düsseldorf. Jetzt stellt sich die Frage, warum ausgerechnet wir auf der Berlinale? Weil wir schlicht und einfach die nötigen Voraussetzungen mitbringen. Aber welche? Wir haben Interviews mit Stefan Reisinger von Fortuna Düsseldorf oder mit Hugo Egon Balder geführt. Ist das nicht der mit den Locken? Genau, Seef, der mit den Locken. Wir verbinden Humor mit Seriosität. Das beste Beispiel hören Sie gerade. Oh mein Gott, wir kriegen den Job nie. Jetzt aber mal ernsthaft. Wenn Sie denken, dass wir die Richtigen für den Job sind, dann rufen Sie uns bitte an unter 01577 7090 533. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Wir freuen uns auf Sie.